Und was sagst? Naja... Ich glaube nicht so gut. Na gut. Hast du die? Siehst, ein Lied-Handy. Bitte. Na, pass auf. So, jetzt geht's so, pass auf. Ist das so deppert worden? Erstes kannst du doch nicht bringen, willst du, dass wir nie wieder eine Freundin haben? Ja, natürlich nicht. Wieso? Ja, zu denen die wissen, dass sie schön sind, zu denen sagst du ja mal Scherer, zu denen die wissen, dass sie scheit sind, denen sagst du ja ein Schirch. Und die glauben, sie sind beide, das geht jetzt überhaupt nicht mehr aus. Naja, es war... Außerdem stimmt's ja nicht. Es gibt ja sowohl Frauen, die... Das ist eigentlich doch gar nicht. Wieso, die nennt der Anyway... Ihr habt ihr schon die nächste Idee. Film ab! Juhu... Alter, mein neues Hitl, ist das Hammer? Na, der Hammer, wieso? Was kann das? Hey, was sagst du? Ich verstehe dich so schlecht. Na, wie findest du das? Alter, keine Ahnung. Ich frage mich immer noch, wo das gerade hergekommen ist. Heißt, mit wem redest denn du da? Niemand. Okay. Der Punkt wird mir fertig. Okay, andere Idee. Pass auf. Na ja, ganz so. Also, wir haben Lieder, die nur davon handeln, dass wir ein Lied schreiben. Ja. Und jetzt kommt's, pass auf. Was ist, wenn wir das jetzt umlegen auf ein Video? Also, wenn wir ein Video machen, darüber, dass wir ein Video machen wollen. We need to go deeper. Was? Ja, finde ich gut. Also, liebe Kinder. So kam es, dass ich mich ein weiteres Mal davon drücken konnte, eine anständige Handlung zu schreiben. Also, frohe Weihnachten. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr.